Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir sind wieder auf Erkundung. Wir haben letztes Mal eine Misscraft-Welt gemacht, die extrem gelegt hat. Alles mögliche von Generierung, das sehr, ja, weil das Spiel sozusagen alles rennt, hat auch das Unterteil der fliegenden Inseln und dann die Metriden und so sehr zu Lex-führende. Also es ist fast nicht mehr, ah, das ist noch von der anderen Welt. Okay, schade. Ich dachte, wir hätten da nochmal so eine Wüste. Aber wir gehen weiter in diese Richtung und dann ein bisschen nach Süden. Die brauchen wir unbedingt für die Tente, für die Bücher, also für die Seiten. Ähm, ja, nehmen wir ein bisschen Leitleben mit. Und müssen jetzt bald mal eine neue Welt machen wieder. Ähm, es ist halt auch wieder Zufall. Also, es wäre toll, wenn wir eine Welt haben, wo wir dann schön flach irgendwelche Bibliotheken aufsuchen können, wo dann die Seiten drin sind. Die Bibliotheken, die spawnen wirklich nur im, äh, in den Misskräftwelten und haben eben die Seiten, wo man dann die Bücher zusammensetzen kann. Lol. Ah, das sind Gifte für... Ich möchte gerne... Ah, wir haben die Schere gar nicht dabei. Schade. Ein paar Gifte für mitten im... Na ja. Eine Ebene mit Kühen, Sämter und Schafe. Hm. Oh, schöne Sonnenblumen. Ah, die brauche ich jetzt noch nicht. Wenn wir sicher mal brauchen, dann so ein Feld machen. So ein Sonnenblumenfeld. Das ist geil. Hm. Sieht einfach immer geil aus. Von einer Seite. Sie sollten lieber, ähm, der Sonne nachgehen. Dann hat man, je nachdem, nach Sonnenstand die Seite. Oder zufällig oder so. Aber es ist natürlich klar, dass sie, ja, gegen morgen schauen, oder? Das hat uns gerade noch, ähm, zum Schlafen, dass wir jetzt schlafen müssen, gezeigt. Oh, ein schöner Berg mit ganz viel Ding. Bäume. Ein Hügel, ein kleiner. Hm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Hm. Hm. Ich kann nicht warten. Die Monster kommen doch. So. Und wieder abbauen. Gut. Hier haben wir eine Schlucht. Schauen wir mal zu dieser runter. Von dieser Schlucht runter. Ich finde, die Schluchten sehen viel, viel geiler aus. Hm. So offene Lava sehen mag ich nicht. Es gab frühe Zeiten, also da, da war ich vielleicht, also da hatte ich sogar noch ein schlechter Pizze, weil wir auch immer so ganz so sehr gelegt haben und so. Hatte ich so eine Gefahr von Lava sehen, ja, einen Respekt sozusagen bekommen, weil ich da immer irgendwie zu weit gerannt bin, und dann wieder aufhörte und die Spielfigur dann noch weiter gerannt ist sozusagen, oder weil ich es gelegt habe. Und dann bin ich da immer rein. Ich habe mich extra nicht so, ähm, ja, riskant, ähm, ja, ich, ich habe mich einfach nicht so riskant verhalten und bin dann plötzlich immer wieder reingefallen. Es gab Zeiten, da habe ich sofort eine neue Welt gemacht, dass ich mich absolut noch nicht. Ah. Ja, das waren noch Zeiten, aber das, das war wirklich in der Ende, weil es noch ein bisschen schlecht war sozusagen. Nicht einmal, also die Steuerung noch nicht so gut war. Es gab mal eine Zeit, da war alles aus Hügeln. Also da waren die Extreme Hales eigentlich sehr oft dabei und waren auch mit anderen Biomen verschmolzen und da muss man den ganzen Tag hüpfen und dann hat man die Löcher gar nie gesehen, weil immer wieder verdeckt waren durch Blöcke und dann plötzlich sind sie vor einem gewesen, dann ist man runtergestürzt. Und ich weiß noch, eine der ersten Welten war an einem Meer und da ging es direkt nach oben. Und, ähm, eine kleine Insel war davor, die ganz aus Sand bestand, also so ein sandiger Hügel war und, äh, die hatten ein gigantisch tiefes Loch. Ich weiß nicht, wie tief letztes, ähm, ganz am Anfang es runterging, bis es Bettrock ging, glaube ich nur 60 oder so, aber das war schon richtig, ähm, cool, und zwar die einzige Höhle, die ich hatte. Bin ich da immer wieder rein und dann auch reingefallen und, äh, tolls ey. Mann, ich will die, äh, Wölfe mitnehmen. Ich mach mal ein Wolf Waypoint. Ich weiß nicht, ob die noch bleiben. Ähm, eins und zwar Orange. So. Weil Braun ist dann noch sowieso unterirdisch. Chestnut, die brauchen wir nicht. oder wollen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir die haben. Nein, die haben wir, glaube ich, nicht. Das sind Avocados und, äh, Nutmegs. Hm, da generiert wieder was. Ja, Sumpf. Ja, ich muss auch mal schauen, was genau da man noch verbessern kann, damit man nicht so viel Lecks hat, weil Fastkraft ist, glaube ich, drin. Also eigentlich sollte es ja nicht ganz wenig Lecken. Naja, es sind halt viel zu viele Mods, viel zu viele Sorten zum generieren. Naja. Und das ist Life of the Woods, also viele Mods drin, die extrem Lecken hat. Zwergpalmetto. Der Warme. Oh, schöne Blumen. Lilie. Was wäre das für meine Schwester? Die mag Lilien. Oh, die nehme ich mit. Wow, zwei. Und auch zwei blaue Lilien. Schön, schön. Hm. Das ist Basalt. Oh, cool. Ich will ein bisschen Bisbasalt mitnehmen. Und das ist Kreide. So, machen wir ein paar Sachen in den Rucksack jetzt. Und was soll das? Irgendwas ist drunter gefallen. Wahrscheinlich die Grille dort. so, ähm, ja. Dann gehen wir weiter. Oh, Matja, da sinkt man ein bisschen ein, das ist langsam. Hier sind Enten. Tee und Kaffeebohren. Cool. Cool, cool. Streifenfarm. Hm. Da haben wir noch Lilien. Schön. Löwenohlen. Die Archidee nehme ich jetzt nicht mit. Da haben wir noch ein solches. Oh, viel zum Mitnehmen. Nice. Das ist auch mal ein anderes Sumpf, also einer, der recht, ähm, viel Mat hat und viele Blumen und so. Nett. Das macht ganz anders, also, das liebe ich so an dem Modpack, weil, äh, sehr viele Mods drin sind, die da viele Sachen reinmachen. Eine Sumpfseitenpflanze. Oh, jetzt ist voll. Da. Da, nimmt er auch mit. Gut, ähm, ja, ins Ding möchte ich kurz ins Hexenhäuschen. Da gehen wir am besten hinten rein. Da haben wir auch wieder den Rocklike Dungeon, ja, japanisch ist das nicht ganz, wie so, ähm, Wikinger-art. Ähm, so. Brechen wir ein von Helden. Von Helden. Hallo. Eichenholz-Wandhalter. Aha. Wo ist denn ich das? Ah, da ist es. Haha. Der Topf, meinte ich. So. Dann gehen wir zum Tempel. Kahle Schildblume, die lasse ich mal hier. Ich will ja auch nicht so viele Pflanzen mitnehmen, dass die Gebiete dann nicht mehr so ansprechend sind. Dann müssten wir eigentlich immer alles neu pflanzen und so. so. Ja, dann lasse ich es. Es ist einfach so schön ansprechend. Es wird toll sein, hier dann etwas zu bauen. Ich habe so viele Ideen gesammelt, also das Projekt, das wird immer etwas haben, das richtig viel Spaß macht. Es wird mich total immer motivierend. Das ist so geil. Ah, und die Dungeons liebe ich so. Also, wir haben so viele Dungeons, die generiert werden, da werden wir nie fertig. Wir könnten 200 Parts mit Dungeons füllen. Weil sie auch sehr, ähm, ja, fordernd sind. was soll ich jetzt mit dem? Bodendecker. Der Bodendecker! Ja, dann füllen wir mal die, ähm, Rucksäcke. Wir haben da ein paar Sachen, die wir doppelt haben. Da können wir noch hier reintun, die wir schon haben. ähm, dann der Nächste. So, dann schaue ich noch mal kurz auf die Uhr. Ah, noch kaum mehr Zeit. So, dann weiter. Bärenbusch. Also, wo sind wir jetzt? Schauen wir mal. Ja, wir sind eigentlich schon recht weit weg. Dann müssen wir langsam in diese Richtung gehen. Ja, müssen wir hier herum. Da haben wir noch blaue, äh, violette Blumen. Pinke Blumen, Ja, mitgenommen. So. Das Efe ist gerade gewachsen. Habe ich schon ein bisschen. Was ist hier unten? Ah, der Meteorit. Genau, das war ja zur ersten Reise. Fackele hier. Was ist denn los? Ich frage, ey, ich nehme nur Pflanzen mit. Ich hätte gedacht an irgendwas Coolem. Also, was nicht so mit Pflanzen zu tun hat. Da unten ist ein weißer Stein, der schöner sieht. Hm. Okay. Also, ich denke, wir haben nicht mal die Hälfte aller Steine gefunden vom Underground Ambience-Mod. Da unten ist eine Fü- Ist das der Nein, der Rocklike-Word-Ungeon ist ja nicht hier. Wisst ihr was? Geh'n da mal runter. Oh, da wird ein Patsch. Wichtig geil. Ich möchte aber die Ananas- Orange mitnehmen mitnehmen, oder was das ist. Sieht mir nicht nach einer Orange aus, aber sie ist Orange. Orange. Was ist das? Persimone. Eine Persimone. Aber sie ist noch nicht reif. Ich will aber eine Persimone mitnehmen. Das könnte doch. Das könnte ein bisschen Rocklike-Dungeon sein. Persimone. Ähm, ja, gelb. Also, wir gehen einfach mal runter. Können wir eigentlich hier ins Wasser. Hopp. Nein. Gut, dass du stirbst. Ja, das ist der Rocklike-Dungeon. Haben wir einen guten Weg rein. das ist Ton. So. Uh, bitte nicht zu viel Spawner. Ich dachte, er wusste gar nicht, dass die so weit weg vom Dungeon-Eingang sein können. Regenerationstrank, glitzende im Ding. Glitzende Melone. Oder Schleim lasse ich mal hier. Gebratenes Schweinefleisch. ja. Oh, ich wette, wir werden sterben. da, unbedingt. Unbedingt ausschlechten hier. haben wir keine gut, ähm, Kisten, die leicht zungen. Puh, ich muss regenerieren. Was ist das? Das ist ein Kriebergeist und der einfach explodiert. oder ist eine Falle ausgelöst. So, was haben wir hier? Eisenschwert, Ofenkartoffeln, Flaschen, Selleriesaat, Laudnamo, Gasttrainer, ah, cool. Das ist mal geil, eine Gasttrainer sogar. So, ob wir die brauchen, ja, für Tränke dann. es ist gar nicht mal so schwer jetzt. Ähm, es könnte schwer sein. das ist das unterste, oder ist es noch nicht der unterste Stockweg? Hm. Mal kurz schauen auf die Uhr. Ja, jetzt, den Bad ist leider der Fahrt vorüber. Da ist nichts. Schau dir. Aber die Ausbildung, Ausbildung ist recht gut. Ja, dachte schon. Also die Krieber exportieren deutlich weiter weg noch. Ja, das ist zu gefährlich. Ja, ja. Ah, dann gehen wir weg, hier. ich möchte hier noch weiter. Boah. heftig. Ja, diese Schleime sind random things. Okay. Hm. Ja, den Mod kenne ich überhaupt noch nicht. Da müssen wir ihn noch kennenlernen. Mal ein bisschen von den ähm Moosbewachsenen Ding mitnehmen. Hopp. So. Gut. Dann gehen wir raus. Also. Packen den Rucksack noch kurz. Ich möchte schauen, dass ich da noch ein paar Sachen reinhägen kann, die wir da schon drin haben. So. Und das möchte ich noch kurz schauen. kusset. Kusset. Haben wir denn nicht den Custom NPC, den muss ich den noch reintun. Weil im Inventar, äh, Startbildschirm, also im Hauptmenü, da hat es die ähm, Mobs und so die dort abgebildet werden von dem Mod. Darum dachte ich ich habe den doch drin von, ähm, Live in the Woods, aber leider nicht. Ah. So. Aber jetzt gehen wir raus. Also sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss.